früh am morgen zu türchen 10 willkommen ja wollen wir mal schauen was im noch und im faller zu finden ist bin gespannt ich hoffe ihr auch und wo haben wir die tür 10 da oben ist sie gucken kommen wir ran was haben wir drin bleibst du da ein arbeiter mit laubbläsegerät ja cool kann man immer gebrauchen und was haben wir im fall drin wo haben wir die 10 verstecken sie sich da beim nickelaus hier einen ich würde mal sagen gleisbau arbeiter mit gelbem helm auch interessant und da ist türchen 10 offen ja zwei schöne figuren ja ihr könnt ihr mal schreiben in die kommentare ob es wirklich so ein gleis arbeiter ist ich denke mal schon der wird glaube ich irgendwas fest tackern oder so was oder schrauben oder ja irgendwas so in der art ja schöne figur muss ich sagen ich wünsche euch einen schönen tag na lasst einen daumen nach oben da und wir sehen uns beim nächsten türchen bis dahin bleibt gesund viele grüße markus und tschüss tschüss tschüss